recht herzlich willkommen zur 66 folge von towns ja letztes mal war der händler gekommen der jetzt wohl auch noch da ist spiel ist in pause ich gehe fast von aus dass es wegen dem händler ist sondern sieht dann aus können wir noch mal rein wer hätte das hier ausgesucht ich wollte nicht tauschen gegen lebensmittel auf der anderen seite blödsinn wir können das tauschen und wir haben ja jetzt hier brot die bieren können wir wieder ernten die äpfel auch mail haben wir auch um die ecke und schon haben was geschafft ich denke mal das sollte auch tun weil dann haben wir noch ein paar andere lebensmittel zum essen macht sinn so okay das ein bisschen schnell das mal so laufen richte seine sachen wie sieht es mit der happiness aus hier war letztens dauern jetzt mal sieben 24 müssen wir haben ja lassen wir erst mal gerade den händler bedienen und der seine sachen alle hat dann kümmern wir uns um äpfel und bieren gerade wird ja sowieso abgebaut gehe ich von aus das machen die dann schon gut werden ja das ist noch nicht also brot ist jetzt auch von der liste verschwunden werden voll und das mehl mehl ist um die ecke sollte eigentlich auch schnell gehen ich glaube ich schon gleich eine binne zwei äpfel und dann das mehl noch 12 mehl 12 mehl ein mail eine bierne zwei äpfel ein mail ja irgendwie hatte was geholt gerade der typ da gucken wir mal dass wir hier noch ein paar sachen abbauen und läuft ich glaube ein abflatter hat auch wieder gekriegt 1 1 nur noch eine bierne fehlt glaube dann war es das dann haben wir alles gekriegt was wir wollen dann liegt auch noch einiges der hat sich das holt und da kommt wahrscheinlich die bierne allein der war nicht mit der bierne unterwegs ja der holz essen einer ihnen dann die bierne geben es geht jetzt nur um die bierne und er holt hallo die bierne noch ich glaube er kriegt heute keine bierne mehr sondern jetzt hier 14 von 24 das ist ja schon mal richtig viel und jetzt ist er los unterwegs mit der bierne hat er gekriegt dann haut er ab und happiness ist gestiegen jetzt wieder runter 14 von 24 ist vorbei jetzt 13 wie sieht es gerade mit essen aus öpfel und bären sind gut roter haben wir vier alles im grünen bereich würde ich sagen ja ja wir haben gerade hier auch alles gepflückt sind dabei wenn es noch sein muss aber ich glaube es sind keine blauen kästchen doch hier unten zwei aber die sind auch schon da dran dann ist das gleich auch schon wieder fertig gut wunderbar so happiness 8 von 22 ist aber schon wieder einer gestorben wir hatten eben zwölf das ist aber doof irgendwie ist das nicht so toll ach ach mal gucken wir mal gerade wo der letzte gestorbener ist oder unten im keller na der hat jemanden wahrscheinlich geholt und ist dabei wieder drauf gegangen ne da sehe ich aber jetzt nicht hier wo der ist na aber ist egal kann ja sowieso nichts dran ändern ja wir müssen das die anderen genug zu essen kriegen damit es vorangeht hm hm 2 Apfelkuchen 1 Bärenkuchen und es gibt wieder einen Händler Invasion der Händler achso wir müssen erst glauben dass der da ist aber hier unten kommt er schon der bringt Tiere oder was Gucken wir mal rein ne warte ist jetzt so wo ich sagen würde braucht man nun wirklich nicht ne tsch 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 Wir können jetzt schon machen. Mal gucken, dass er irgendwann zufrieden ist. Dass er uns noch Geld gibt. Hier war jetzt unten Grau. Dann geht es um zu viel Geld. Noch handelt er mit uns. Da ist vorbei. Gut, dann machen wir das doch. Jetzt müssen wir zwar viele Sachen nebenbringen, aber ich glaube, das ist nicht verkehrt, oder? Hier liegt ja auch einiges in dem Raum zum Beispiel rum. Da liegt auch was. Das ist in nächster Nähe. Wollen wir nur hoffen, dass dabei keiner drauf geht bei unseren elf Männern. Drei Helden bei elf Leuten, ne? Ist auch viel, ne? Okay. Holt schon einer irgendwas für den Händler? Ich glaube nicht. Hm. 10 von 22. Ja, das bringt ihm noch keiner was. Hm. Da ist der erste. Zweite. Da gibt es auch ein Bett für. War auch gut. Haben wir da oben eigentlich bei den Helden ein Zimmer gebaut? Ja, und da fehlt auch noch ein Bett. Könnten wir also jetzt schon einen Auftrag geben, ne? Da muss es hin. Können wir auch hinmachen. Wie schaut es hier mit Betten aus? Die sind alle schon begeben. Hier oben ist noch en masse Platz für Betten. So, das heißt, da eins hin. 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 Das sind vier Stück. Ich will hoffen, dass die nicht vorher gemacht werden, sondern erst wenn der die da hinstellt, ne? Ja. Das wäre dann halt so. Das erste ist schon mal da. Er kriegt jetzt gerade Sachen. Da steht's. Nächste Bett. Zwei sind schon da. Hier ist die Happiness. 15 von 22. Das macht einen guten Eindruck. Interessanterweise sind da Kreuze drauf, die man sieht. Wenn man drange geht, sieht man die gar nicht. Schade, ne? Ah, zwei sind gebaut worden und hingestellt worden. Auch schön. Machen wir mal die nächsten Betten noch auf. Gucken, ob die zwei jetzt von da unten genommen werden. Momentan würde ich sagen nein, aber praktisch ja, weil sie sind gerade unterwegs. Helme gibt's. Oder was auch immer dahin gebracht wird an Rüstung aus Holz. Aber er kriegt seine Sachen. 12 von 22, das ist auch nicht schlecht. Können wir hier noch irgendwo einen Käfig hinstellen? Können wir eigentlich den machen, ne? Wo war der nur? Deko. Hinten. Da. Wo würde ich denn Deko ja noch einstellen wollen? Ja, hier in der Ecke ist noch Platz. Machen wir doch da einen. Fertig. Kommt der Käfig da mal raus vielleicht, ne? So, da wird er schon getragen. Wunderbar. Wie viele Sachen braucht er noch? Reichlich. Die ist hier. 22 von 15, das ist okay. Funktioniert also. Essenstechnisch 10 Brote wieder. Wir haben sie noch da. Äpfel sind aus. Aber funktioniert. Wir könnten hier nochmal was machen. 4 Sachen oder 3 Sachen daneben sind noch. Wird aber immer zu ihm gebracht, so ist nicht. Es geht noch voran. 16 von 22, das heißt, es würden auch bald Leute kommen. Das heißt, die Misere ist wohl überstanden, ne? Okay, ist eins mehr wie auf der Liste jetzt hier. 15 von 22. Das bringt keiner dem was. Ah, da kommt jemand. Der hat dem auch was gebracht. So, die Reihe noch. Wie viele Sachen sind das? 4, 6, 8, 7, 7, 6, ich glaube noch. 5. Da unten sind noch Schuhe in der Bäckerei und eine Rüstung. Die nimmt keiner. 4 sind es glaube ich noch. 4 Sachen. 4 Sachen, ne? Nehmen wir gleich durch. Passt. Richtig gezählt. Ich bin jetzt jetzt 13. War auch schon besser. Noch 3 Sachen. Ja. Hier liegt ja noch ein Helm und eine Hose. 14 Happiness. Drei Sachen fehlen noch. Dann ist der Händler bedient. Noch 2 Sachen. Wohl nur noch eine Sache. Eine Hose fehlt noch. Hier gibt es bestimmt ja auch noch. So. Happiness. Oh, 19. Noch 3. Dann kommen wir neue Männerkern. Habe ich auch schon bald nicht mehr geglaubt, dass wir da so hoch kommen. Dann haben wir wahrscheinlich die Toten alle begraben. Jetzt bringt einer dem noch eine Hose und dann ist gut. Die wird wahrscheinlich auch unten aus den Katakomben geholt. Deswegen dauern so ewig. Was macht die Zahl? 19 bleibt. Es sind aber nur noch 3. Hm. 19. Keiner holt die Hose für den Händler. Hm. Das Happiness ist jetzt auf 18 runtergegangen anstatt 19. Na, das war leider ein Held. Ich dachte, da wäre einer, der holt jetzt die Hose raus. Oh, Happiness geht gerade runter mit 17. Kriegt keiner den Auftrag? Nicht, da wird gerade was geholt. Mit Birne war das. Okay. Ja, das wäre schön gewesen, wenn die jetzt die Hose gebracht hat. Vor allem doof ist, hier liegt einer, ne? Die bringt keiner dahin. Ich glaube, jetzt kommt sie die Hose. Ja, aus der letzten Ecke vom Keller wahrscheinlich geholt. Hier sind überall Schranke drauf gebaut. Da auch, da auch. Da müssen wir hochgehen. Warte, lass uns mal gerade hier ohne gucken. Ja, da fehlt noch ein Schrank auf jeden Fall. Dann machen wir das doch erst da hin, oder? Und da hin. Oh, das wollte ich gar nicht. Gut, Händler ist unterwegs wieder. Der Schrank wird auch schon transportiert. Und wir haben wieder Happiness 19. Sollte besser werden. Wäre schön, wenn wir hier noch so ein paar Sachen bauen könnten, wie diese beiden Fässer, damit das hier in die blauen Ecken wegkommt. Hier oben fehlen sie auch dran, ne? Schade. 18 geht gerade runter. Ja gut, aber diese Folge soll es dann auch wieder sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.